Klar, alles ist einfach der massivische Matteo, ey. Bravo, du bist nicht bereit. Ich bin halt einfach wirklich nie bereit. Ich wollte grad sagen, ich meinte auch gar nicht ingame. Ich hab so Walk-of-Crap-Battle, ne? Aber ich hab das Gefühl, dass sie jetzt da richtig abpacken wollen. Die bauen uns safe hier in diesem Vorhang, ne? Die müssen uns bereit machen zum Abreißen, ne? Wir sind einfach Tine Wittler, das fucking Räumkommando von RTL, ey. So krank. Boah, Junge, diese Musik werde ich nicht vergessen, ne? Diese Titelmusik von denen. Kennst du die noch? Ich weiß nicht ehrlich, ob ich das jemals geguckt habe. Du hast nie einsatzend für Wänden geguckt, Junge? Was machen deine Eltern beruflich? Die sind doch safe Akademiker, oder nicht? Äh, joa... So halb. So, ich hab' eigentlich nur einen Ohrwurm von der Switch-Parodie, wenn ich ehrlich bin, ey. Switch... Switch reloaded. Das war noch Fernsehen, ey. Weißt du, was ich noch geil fand, ging die halt daneben. Ich war zu jung, glaub' ich, ohne Scheiß. Also, jetzt gerade würde ich das, glaub' ich, richtig fühlen. Aber als Kind hab' ich das nicht gefühlt. Ohne Scheiß, Geheimtipp, wenn du mal Langeweile hast. Irgendein Atze hat alle Folgen auf YouTube hochgeladen. Irgendein Atze? Ja, ich weiß ja nicht, dass... Bleibt das nicht unter dieses Mamaispaß, oder? Nee. Nee? Schade. Ich glaub', das ist einfach irgendein Atze. Irgendein Atze hat die ganze Serie hochgeladen. Das ist der wahre Mannesdat, ey. Wirklich, wie gefühlt jede Folge, also... Und es gibt eine Website, die hat... Also, wenn du mal so'n Quiz machen willst, und du so Fragen brauchst, ne? Ach du Scheiße. Es gibt eine Website... Die, die genial daneben fragen, ja? Alle genial daneben fragen mit... Mit Datum, wann das war und Folge, und quasi auch... Auch wer dann das Ganze aufgelöst hat und so. Ach Gott. Ja, es ist halt immer der Hoker gewesen, ne? Wenn wir mal ganz ehrlich sein sollen, ne? So, alles ist nach Nukes. Der chattet sogar, Junge. Oh mein Gott, da kommt rein. Alter, hoho! Da kommen ja nicht mal ein paar Nukes, Alter. Da kommen ja unendlich Nukes. Kann sein, ich bin gar nicht bereit dafür. Ich bin wirklich nicht bereit dafür. Ich guck' schnell Pink Attack und dann möglichst schnell irgendwas davor bauen. Oh, Klau, alles ist ja so ein Arsch-Saver, Alter. Wer weiß genau, dass ich nie rüber gucke. Ich auch nicht. Zumindest nicht so früh, ey. Oh. Cool, alles hat mehr als Gleitgeil. Ich werd' gefeintet. Ich werd' gefeintet. Ja, dann ist mir egal, wenn. Hahaha, du machst das schon. Also es sind erst mal nur Swarms, das überlebe ich. Glaube ich. Das sind wirklich viele Swarms. Holy shit, aber ich hab's überlegt. Ich kann auch schnell genug nutzen. Ich kann auch schnell genug nutzen. Äh, sechs Stück. Oh. Aber ich kann auch schnell genug nutzen. Oh, oh. Oh, oh. Ah! Hey! Ich werd' absolut gefeintet, Digga. Ich darf's nicht mit dir machen lassen. Passiert aber leider. Ja, das sind sehr viele. Ja, sechs Stück. Also zwei haben drei. Ach Junge, ist ja so lustig. Ja gut, aber eigentlich können die so kein Game gewinnen, ne? Ja, die können aber ordentlich Zeit rausholen, bis wer anders das Game für die gewinnen kann. This might be true. Aber wer? Bei Odis nicht, der ist ja bei uns. Das ist die geilste Lacher aller Zeiten. Oh nein. Gehört's. Ich werd' gepaintet. Ich glaub' jetzt grade wird jeder mal gepaintet, kann's sein. Und jetzt kommen wir einmal ne Waffe rauskriegen. Alter. Wenn wir Klau alles nicht in Team gehabt hätten, ich wär' so tot gewesen. Junge. Digga, du hast ja gar keine Begriffe, wie er dich tot gewesen wäre. Wieder gepaintet. Oh, da ist ein Hund. Am Abgehen. Draußen. Hä, was macht denn Steffen bei dir? Alter, wie kann man so lucky sein? Wir haben mittlerweile auch nichts. Wir haben mittlerweile auch nichts. Wird dolle gepaintet. Wird dolle gepaintet. Jetzt auch noch dolle. Das macht die Lage natürlich nicht angenehmer, ne? Pankst du noch oder lebst du schon? Wird wieder gepaintet? Irgendeiner hat hier so richtig schlagwürdige Lachs geblazed bei uns. Ich weiß auch nur Feuerläsern. Oh ey. Okay. Kann einer noch aufhalten auf Second Bottom? Äh, Second Hop? Sorry. Ich hab leider noch nichts. Sorry. Ich bin meine Cannon rausbekommen. Aber ich glaub, die hält nicht mehr lang, als wo die wissen, dass sie da ist. Alter. Alles brennt. Alles brennt. Alles geht in Flammen auf. Ja, nee. Jetzt reiß mir mal den Woodspam weg. Aber, wie ein weiser Mann mal gesagt hat, dann kannst du den ganzen Ballast wieder von vorne anschauen. So. Wird wieder gepaintet. Der hat wirklich... Ich hab zweimal ne Cannon auf den geschossen. Der hat nicht so viel. Also wenn da noch einer mitschießen können, wär krank. Ja. Es ist halt leider nicht genug, um das Ding zu beenden, weil ich halt kein Follow-Up hab. Ich hab halt nur eine Cannon. Der ist was runtergefallen. Das glaub's nicht. Ich hab dem drei Minen geklaut. Der hat... Der kann kein Leben mehr haben, eigentlich. Großartig. Ah, Bottom, bei uns wird gekillt. Ich versuche mich da runter zu verbinden. Ach, Digga, komm. Werd fertig, Mann. Oh, das ist ätzend. Kennst du das? Dieses Design-Zertail-Moment, wenn das einfach nicht endet? Ich hab nur getroffen. Wir sind jetzt dauerhaft, fahren Jungs wenige. Sehr gut. Aber der Bottom, der hat Laser ohne Ende und ich kann grad nicht viel dagegen tun. Der hat sich ein anderer unter verbunden. Meinst du? Ich treffe mich. Das ist stark. Das ist richtig stark. Jetzt wird sich andere halt da unter verbinden. Ihr müsst halt mal was ausbauen. Aber warum... Also... Junge, ich... Ich bin die ganze Zeit nur am Fang, was soll ich denn bauen? Bist du das? Ich bin tot, ja. Okay. Aber der Bottom, der hat, keine Ahnung, drei, vier Feuerlaser und zwei Plasma oder so. Nur, dass du das weißt. Also... Ich bin tot. Ja. Wie ist das denn jetzt passiert? Nuke. Übern Kern. Wie kann denn die Nuke durchkommen? Ja, die ist doch geflogen. Frag deine Anti-Air. Ich weiß es nicht. Ich frag die Anti-Air von meinem Mate über mir. Davon ist noch nix im Reload, ne? Die haben einfach alle nicht geschossen. Ach Junge, wie kann man das denn so wegschmeißen? Wer ist das? Ich klaue alles oben. Aber ich verstehe nicht... Also, da kann er nichts für. Also, die Anti-Air, die war halt da und... Ne, ich hab mir keine Schuld, aber ich hab da gar nicht wieder geguckt, weil ich dachte, das kommt eh nicht durch. Ja, aber also, du hättest noch nicht... Ja, okay, du hättest Holz von... Ja, Manuel Plack halt. Ja, gut, keine Ahnung. I don't know. Geht doch nix über... Über so einen guten Manuel. Ich hab's auch nur aus dem Augenwinkel gesehen. Ich weiß nicht. Kann sein, dass das anders passiert ist, aber ich glaube, es war ne New. Müsste man vielleicht im Replay nochmal, ne? Sarodops grüßt sich. Alter, ey. Das war's, ein Feuerleser? Und dann kommt der Lachs durch. Ich hab' meinen Nuker gesehen! Ich sag, du bist nicht ne Nuke sterben. Ja, wahrscheinlich! Ja, sieht so aus. Ja, Nuke! Ah, eine, oder was? Ne! Sworms? Ne! Wie kann die mich denn töten überhaupt? Ich hatte schon Corridor, schau um das denn. Rosemarie, ey. Ey, ich guck da extra nicht hoch, weil ich mir denke, wie will der mich denn mit anderen Nuke holen, der Typ? Ja, so viel kannst du nicht essen, wieder kurz wenn wir uns sehen. Hahaha.